Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen, mit Bruder Leonhard Lehmann. Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Sanktum, für den 22. Januar möchte ich einen Mann vorstellen, der noch wenig bekannt ist. Es ist der selige Ladislaus Patiani Strattmann. Nachdem ich beim letzten Podcast eine Klosterfrau, einer, die im geschlossenen Kloster in der Klausur lebte, eine Klarisse vorstellte, nämlich die Eustochia Calafato, haben wir es jetzt mit einem zu tun, der voll im Leben stand, nämlich ein Arzt. Ein Arzt, der natürlich im öffentlichen Leben stand, der auch zum dritten Orden gehörte. Da ist er mit seiner Frau eingetreten. Und er hat auch ein Franziskanerkloster gegründet, in Güssing, eben im Burgenland. Aber das Wichtigste, was ihn so beliebt machte und was ihn auch in der franziskanischen Geschichte einem heiligen Franziskus ähnlich machte und anderen Missionaren, ist seine Hingabe für die anderen, für die Nächsten. Er hat bis zu 100 Patienten jeden Tag behandelt. Und als er noch ein Schloss erbte, da er adelig war, hat er dort eine Augenklinik eingerichtet. Er hat sich selber weitergebildet, lernte als Chirurg zu arbeiten, konnte als Operationen durchführen und die letzten Hälfte seines Lebens hat er sich auch als Augenarzt hervorgetan. Das verschaffte ihm öffentlichen Ruhm, Bekanntheitsgrad, sodass er auch gewählt wurde in den Landrat. Die Stadt wollte ihn zum Bürgermeister machen. Soweit kam es aber dann doch nicht. Er sah seine Hauptaufgabe darin, eben für die Kranken da zu sein. Und wurde oft abgeholt in ein Dorf, auch während der Nacht. Das alles hat er auf sich genommen und kann darum als Sozialapostel gesehen werden und als einer, der die Nächstenliebe ganz praktisch durchführte. Für heute lehrt er uns, all denen, die in der Pflege tätig sind, im medizinischen Bereich, dass Ärzte und Pfleger nicht auf sich schauen zuerst, sondern auf die Bedürfnisse des Kranken, dessen, der kommt und um Hilfe bittet. Fast alle von uns, denke ich, kennen die Kaiserkruft in Wien, sind schon mal drin gewesen. Aber nach dieser großen Kaiserkruft ist die Kruft in Güssing, im Franziskanerkloster, die zweitgrößte Anlage einer Totenkruft, die man in Österreich findet. Vielleicht auch mal ein Wink, wer dort im Burgenland Urlaub macht, kann mal versuchen, dieses Güssing aufzusuchen und zu diesem selig gesprochenen Arzt Zuflucht zu nehmen und dabei auch an seine Frau zu denken. Denn es ist das Vorbild einer glücklichen Ehe mit 13 Kindern, die alle etwas geworden sind. Er hat seine Familienpflichten nicht nur erfüllt, sondern gut erfüllt, hat etwas getan für seine Kinder, für seine Familie, damit die studieren konnten, damit die etwas lernten. Und er selber war dabei sicher das große Vorbild. Seliger Ladislaus, bitte du für uns, damit wir unsere Pflicht erfüllen in unserem Beruf und hilf den Kranken, vor allem auch den Blinden, den Augenkranken in der heutigen Zeit. Amen. Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen.